Ja, ein Reisespezial für Sie. Jetzt genau perfektes Timing. Es ist Summertime und wir lieben es wieder zu reisen. Wir dürfen reisen, ob in Deutschland. Ja, in Berlin braucht man mittlerweile auch Sprachübersetzer, denn es geht nämlich um diese Sprachübersetzer. Echtzeit-Sprachübersetzer. Das sollte Ihre neue Reisebegleiter sein, denn die sind einfach perfekt zum Eisbrechen oder zum Flirten. Aber Sie können natürlich auch im Notfall ein Helfer sein. Wir haben da wirklich alle möglichen Funktionen, die Sie Ihnen dann wirklich das Reisen und das Kommunizieren so vereinfachen werden, wenn Sie jetzt immer dabei haben und Sie werden keine Sprachbarriere mehr haben. Es ist einfach genial. Aber die liebe Anne wird uns ja jetzt gleich mehr dazu erzählen. Ich liebe unsere Sprachübersetzer. Es hat ja nicht jeder das Glück, wie unsere Danny fließend fünf Sprachen zu sprechen. Aber ich habe mir da ein bisschen Abhilfe geschaffen mit unseren Sprachübersetzern. Zwei verschiedene habe ich für Sie mitgebracht. Und erst mal hier auf die Optik sprechen zu kommen. Das ist natürlich ein ultra schöner Sprachübersetzer. Sieht das mal aus wie so ein hochwertiges Telefon. Also ganz was Besonderes. Und dieses kleine Helferlein spricht für Sie jetzt 75 Sprachen. Also fünf fand ich schon bei Danny viel, aber 75, das muss man erst mal toppen. Und das ist so einfach und das ist so genial. Sie brauchen einfach nur ein WLAN-Netz. Also hier einmal sich ins WLAN-Netz einloggen und dann spricht dieser kleine Sprachübersetzer für Sie 75 Sprachen im Online-Modus. Und ja, WLAN gibt es ja momentan überall, ob es im Café ist, im Restaurant, Bahn, Bus, egal wo. Mittlerweile gibt es ja auch ganz viele diese Free-Hotspots. Also egal wo, da kann man jetzt 75 Sprachen sprechen. Sollten Sie jetzt aber mal irgendwo in der Wüste sein, dann ist das auch kein Problem. Das Ganze funktioniert nämlich auch im Offline-Modus mit sieben gängigen Sprachen. Und auch da ist man, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs. Also die gängigen Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch natürlich, aber auch Chinesisch. Also diese sieben gängigen Sprachen. So lange Rede, kurzer Sinn. Warum braucht jeder so einen Sprachübersetzer? Man will ja verreist, man will ja neue Menschen kennenlernen und vielleicht sogar auch irgendwie mal eine Sprache lernen. Und das jetzt nicht mit einem dicken Wälzer oder mit einer Sprachlehrerin oder mit einem Dolmetscher im Urlaub, sondern hiermit. Und wie einfach das geht, das möchte ich Ihnen zeigen, weil das ist auch mein Highlight. Schauen Sie mal, Sie schalten den hier in der Seite an und dann sehen Sie jetzt hier schon das Hauptmenü. Das ist eigentlich das Hexenwerk. Wenn Sie das Hauptmenü einmal haben, mehr müssen Sie eigentlich nicht wissen. Diese beiden Tasten sind für Sie wichtig, um zu kommunizieren, denn da spreche ich jetzt rein. Und wenn ich übersetzen lassen möchte, dann gehe ich einfach auf Übersetzung. Ja, so einfach und so schnell geht das. Und jetzt sehen wir hier schon, ich habe zwei verschiedene Sprachen im oberen Teil. Auf der linken Seite Deutsch, das bin ich oder in dem Falle Sie, wenn Sie jetzt im Urlaub sind. Und auf der anderen Seite, da ist dann die Sprache, die Sie gerne sprechen möchten, beziehungsweise in was Sie übersetzen lassen möchten. Das kann Arabisch sein, das kann Afrikanisch sein, das kann aber auch eben Indisch sein. Das kann aber auch zum Beispiel Chinesisch sein. Also alle 75 Sprachen. Dänisch, Englisch, also das finde ich super, wie einfach das hier. Sie sehen das ja auch anhand dieser kleinen Flacken, das ist ganz toll gestaltet. Also sehr, sehr sicher gemacht. So, jetzt möchte ich gerne mich mit Danny unterhalten, denn Danny lebt in London und ich bin in London zu Besuch und spreche kein Wort Englisch. Beziehungsweise vielleicht spreche ich ja ein paar Brocken Englisch, aber irgendwie, ich möchte mich ja natürlich auch nicht so ein bisschen blamieren, weil so eine Engländerin und das Schulenglisch ist dann vielleicht auch schon ein paar Tage her. Und manchmal traut man sich das ja auch gar nicht. Und dafür haben Sie jetzt dieses Schätzchen. Das Einzige, was Sie jetzt noch machen müssen, ich drücke hier oben drauf, Danny drückt hier unten drauf. Das war's. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin in London und will wissen, hallo, was kann ich denn hier alles unternehmen? Macht man ja so. Hello, what can I do here? Schauen Sie mal, jetzt hat mir dieser kleine Sprachübersetzer das vorgelesen, aber ich kann es ja auch nochmal nachlesen. Jetzt gebe ich diesen Sprachübersetzer Danny meinem Gegenüber und sie kann mir jetzt antworten. So, das ist ganz einfach. Ich drücke jetzt hier unten den Knopf und spiele die Englerin und antworte auf die Frage. Well, in London, there are so many beautiful things to see and to do. In London gibt es so viele schöne Dinge zu sehen und zu tun. Okay, also die Auswahl ist riesig. Da müssen wir jetzt ein bisschen länger noch kommunizieren, aber das ist ja kein Problem, denn es ist ja zack im Nu übersetzt und ein riesengroßer Eisbrecher, eine Freude und eben keine Sprachbarriere. Das ist genial. Und er ist immer dabei. Er ist klein, er ist leicht, er ist handlich und eine Akkuleistung von 10 Stunden. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Also das ist wirklich hier Hightech pur. Das ist mein Technologie-Highlight 2020. Und es ist immer dabei. So, jetzt haben wir ja gesehen, sehr, sehr viele Sprachen. Jetzt sitzt ja natürlich unsere wunderschöne Diana auch noch hier. Mit der will ich mich auch noch unterhalten. Und dann suche ich jetzt hier ganz einfach, das geht auch sehr, sehr schnell, russisch. Damit Sie das mal gesehen haben, wie schnell das auch geht. Französisch haben wir hier. Ich finde es auch genial mit den Flaggen. Also wenn man so vergisst, wie eine Flagge aussieht, zack, man hat immer so einen kleinen Reminder, auch noch so eine Erinnerung, wie die Flagge des Landes nochmal aussieht. Das ist auch praktisch, finde ich. Das geht hier ganz, ganz schnell. Ich suche nur gerade noch russisch. Hier haben wir es jetzt. Zack, voilà. Und jetzt frage ich noch Diana. Hallo, hast du heute Lust, mit mir essen zu gehen? Oh, jetzt bin ich rausgekommen. Hallo, hast du Lust, mit mir heute essen zu gehen? Und ob sie Lust hat, mit mir essen zu gehen oder nicht, das verraten wir Ihnen gleich mit unseren zweiten. Oder möchtest du nochmal antworten schnell? Wir haben nämlich nicht viel Zeit. Heute haben wir andere Pläne. Wir gehen in ein Fitnessstudio. Da sehen Sie mal, ich will immer nur essen gehen. Und die anderen will immer Sport machen gehen. So ist das im wahren Leben auch. Also wie Sie sehen, es ist ein Riesenspaßfaktor. Aber man kann ja auch Sprachen lernen. Oder wenn Sie sagen, die Kinder sind immer am Handy, geben Sie eben einfach mal das in die Hände. Und dann können die Kinder auch mal Sprachen lernen. Im Nu ganz schnell. Ist ein perfekter Reisebegleiter. Bitte zögern Sie nicht lange. Das ist einfach clever, wenn Sie jetzt einkaufen. Zum TV-Sonderpreis von 131,76 Euro. Bitte bestellen Sie sofort unter der NX4642569. Denn dieses Gerät ist heiß begehrt. Sieht nicht nur schick aus, sieht einfach genial aus. Und es kann eben 105 Sprachen für Sie im Nu übersetzen. Es ist einfach genial. Das nächste Gerät kann 105 Sprachen übersetzen. Richtig. Und das ist ein Knaller. Da muss ich gleich vorab sagen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Sprachen gibt. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Von 105 Sprachen spricht dieser kleine Sprachübersetzer für Sie fließend. Also erst mal sieht er natürlich super edel aus. Also das muss man hier ganz klar sagen. Dann auch hier schön alphabetisch angeordnet. 105 Sprachen. Da kann man sich immer durchscrollen, was es alles gibt. Das ist natürlich ein Highlight. Hier im Online-Modus und im Offline-Modus sogar zwölf Sprachen im Offline-Modus. Das heißt, wenn Sie mal kein WLAN in der Nähe haben sollten, ist das auch gar kein Problem. Und jetzt möchte ich natürlich mich noch ein bisschen mit Diana auf Russisch unterhalten. Denn hier geht es genauso einfach wie beim ersten Modell. Ich drücke jetzt hier einmal drauf und sage, okay, du willst mit mir ins Fitnessstudio kommen. Ich komme gerne mit, aber danach gehen wir was essen. Ist das in Ordnung für dich? Na ja, nach dem Sport hat man... So, jetzt meine Frage, wie war das von der Aussprache, von der Grammatik her? Das ist super. Das sehen Sie auch, man kann es wiederholen lassen. Das ist vielleicht auch interessant für Wegbeschreibungen. Da kann man sich das schon nochmal wiederholen lassen. So, jetzt die Antwort. Okay, ich stimme zu, aber Sie bezahlen heute Abend für das Abendessen. Also, wie Sie seht, kann man auch immer wieder den Text wiederholen lassen. Das ist auch ganz praktisch, wenn man es nicht verstanden hat. Okay, das Essen geht auf mich, du bezahlst die Getränke. Die sind ja meistens eh viel teurer. Also, wie Sie sehen, es ist aber ein geniales Gerät und man kann riesen Spaß damit haben. Und man bricht das Eis, man hat Spaß. Und das ist das Wichtige an einer Sprache. Wenn man sie lernt, will man Spaß haben und keine Angst davor haben. Auch, wissen Sie, man kann Eis brechen, man flirtet, man ist direkt in Verbindung mit den Leuten in dem Land. Man fühlt sich nicht mehr wie ein fremder Tourist. Und das ist genau dann, wenn man angekommen ist im Land. Sonst irrt man vielleicht alleine rum und fühlt sich nicht so ganz zu Hause im Ausland. Und somit sind Sie zu Hause, Sie haben keine Einschränkungen, ganz neues Erlebnis. Sie fließen förmlich, Sie genießen den Urlaub gleich doppelt so viel oder zehnfach so viel. Es ist einfach ein geniales Gerät. Für 141,17 Euro sollten Sie nicht lange zögern, denn es ist ein heiß begehrtes Gerät. Bitte bestellen Sie unter der NX 4686569. Dann sichern Sie sich diesen Flirtinator Eisbrecher für Ihre Reisetasche. Der muss immer dabei sein. Und Sie sehen, man hat Spaß, aber es kann aber auch ein Retter in der Not sein. Ja, denn dieser Sprachübersetzer, der flirtet nicht nur fließend in 105 Sprachen, der kann sogar noch was ganz Besonderes. Und das sehen Sie hier, wenn wir den mal umdrehen. Da sehen Sie eine Kameralinse. Und das ist jetzt wirklich die Neuheit schlechthin. Und diese Kameralinse mit einem 5 Megapixel-Sensor, die dient nicht dazu, um Urlaubsfotos zu machen. Ich meine, Urlaubsfotos macht man ja eh meistens mit dem Handy oder mit der Kamera. Sondern, das ist was ganz Spezielles. Und zwar, Sie drücken hier einmal auf das Kamerasymbol. Zack. Und können sich jetzt Straßenschilder, egal was, Karten aus dem Restaurant, Speisekarten, aber natürlich auch Vorsichtsmaßnahmen übersetzen lassen. Also das Geschriebene. Und das finde ich ein Highlight. Und das Geschriebene übersetzen lassen, das kann kein Sprach, hier unser Wörterbuch der Welt. Und deswegen finde ich den so sensationell. Weil, schauen Sie mal, Sie haben zum Beispiel hier so, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß es, ich würde Ihnen gerne sagen, was man hier zum Beispiel haben könnte, aber ich kann es ja nicht. Ich weiß lediglich, es ist nicht deutsch. So, oder mal hier. Schauen Sie sich sowas an. Da weiß man ja nicht mehr mehr, wie rum das ist. Oder zum Beispiel, wenn Sie im Restaurant sind, wenn man eine Allergie hat, wenn man jetzt wissen will, na, was ist denn jetzt in diesem Pilzgericht? Ja, also das ist natürlich keine Ahnung. Und deswegen ist das jetzt so sensationell. Denn mit diesen kleinen Sprachübersetzern übersetzen Sie sich jetzt das Geschriebene. Zum Beispiel hier. Ich gehe jetzt mal, weil ich weiß jetzt zufällig, dass es griechisch ist. Jetzt gehe ich hier auf G wie griechisch und so und zack. Und jetzt nehme ich mir hier meinen Fußballverein. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Jetzt fotografiere ich das hier einmal ab. Jetzt sehen Sie diesen Scan-Vorgang hier. Also es geht auch sehr, sehr schnell. Sieht man hier diesen Scanner. Jetzt wird das hier gescannt. Und jetzt sehe ich das hier. Waschen Sie die Hände gründlich mit Wasser und Seife oder einer alkoholischen Lösung. Wir können es aber auch vorlesen lassen. Waschen Sie unsere Hände gründlich und gründlich mit Wasser und Seife oder einer alkoholischen Lösung. Aha. Wir vermeiden es im Allgemeinen, Hände, Nasse, Mund und Augen zu berühren. Ah. Hygienemaßnahmen. Hygienemaßnahmen. Finger weg vom Gesicht. Ist das nicht cool? Ich finde das gigantisch. Also das ist natürlich wichtig, dass man das auch dann liest. Weil andere Länder, andere Sitten. Das heißt, wenn sie sich daran nicht halten, dann wird es vielleicht sogar richtig teuer. Also der Sprachübersetzer ist toll. Zum einen natürlich für den Spaßfaktor, um sich zu unterhalten. Aber natürlich auch mal hier im Fall der Fälle, wenn etwas ist, dass ich auch mal hier etwas mir übersetzen lassen kann. Das heißt, es gibt keine sprachlichen Probleme mehr für Sie. Und das ist natürlich gigantisch. So einfach. Und das jetzt für 141,17 Euro. Ich finde es ein Wahnsinn. Ja, es ist wirklich so eine Wunderwaffe des 21. Jahrhunderts. Es ist genial. Wenn man den Eimer mit im Handgepäck oder im Reisegepäck dabei hat, dann möchte man ihn nicht mehr missen. Weil man ist einfach verbunden. Der passt ja auch in jede Tasche. Der passt ja sogar in die Handtasche oder Brusttasche, Hosentasche. Der passt überall rein. Der ist ja genial von der Größe her auch. Und dann von der Kapazität her. Ich meine, 105 Sprachen in der Hand in Echtzeit übersetzt. Das ist ja wirklich genial. Und Sie sind direkt mitten im Geschehen. Und Sie haben keine Zweifel mehr, dürfte ich, sollte ich ansprechen. Ich möchte es richtig sagen. Dieser kleine Racker spricht es dann richtig für Sie aus. Grammatikalisch auch noch. Und dann kann er auch noch der Retter in der Not sein. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben Ihren Pass verloren oder vergessen. Dann sind Sie beim Amt und dann haben Sie dieses Gerät dabei. Und es kann Formulare für Sie übersetzen, die Sie sonst wirklich nicht lesen könnten. Ich habe ja auch einen Flugbeitrag zum Beispiel. Von AG aus Rietzlern. Super im Gastro-Bereich, keine Missverständnisse mehr bei Bestellung. Ja, total sinnvoll einfach. Oder auch aus Hanau, U.Z. Habe mein Samsung S7 als WLAN-Hotspot benutzt. Dann alle Sprachen verfügbar. Auch wenn man in einem Bereich ist, wo normalerweise kein WLAN zur Verfügung steht. Also einfach sehr, sehr praktisch, kann man nur sagen. Also ist ein Must-Have für den heutigen Reisenden sozusagen. Immer dabei haben, immer in der Handtasche. 105 Sprachen. Zack, eben nur übersetzt. Es ist ein Kinderspiel. Leicht auch zum Lernen für Kinder zum Beispiel. Anstatt das Smartphone immer einfach mal das in die Hand drücken. Und somit lernt das Kind auch die Sprachen. Und es macht so viel Freude. Also bestellen Sie das für 141,17 Euro unter der NX 4686569. Und dann sichern Sie sich ja so Ihre Verbundenheit in einem Land, wo Sie sind. Kommen Sie direkt an und müssen nicht zögern oder zweifeln. Soll ich das sagen? Soll ich nicht sagen? Sie machen es einfach. Zack. In dem Sprachübersetzer. Und der macht es in Echtzeit. Und Sie sind mitten im Land angekommen. Und müssen nicht mehr zweifeln oder Angst haben. Es ist einfach ein geniales Tool, wie man heutzutage auf Neudeutsch sagt. 141,17 Euro ist ein kleiner Preis für 105 Sprachen im WLAN-Betrieb. Oder offline sogar dann die zwölf Sprachen. Das ist ja der Wahnsinn. Also Sie sind auf einmal ein Genie, was das Sprachen angeht. Und Sie sind verbunden, haben Spaß. Oder das rettet Sie, wenn Sie mal irgendwie auch nicht wissen, wo Sie hin sollen. Also Infrastruktur nicht kennen. Dann können Sie das fotografieren, einscannen und schon wissen Sie wieder, welche U-Bahn oder welche Flugnummer. Zack. Sie wissen genau, wo Sie hingehören. So. Und jetzt haben wir auch noch ein ganz praktisches Tool für Sie. Eine Neopren-Tasche zum Aufbewahren dieses Gerätes. Ja. Und das ist auch wichtig. Denn so ein Sprachübersetzer wäre ja ärgerlich, wenn da Kratzer draufkommen. Und vor allem diese Neopren-Tasche, das ist das Besondere, die schützt Ihren liebsten Sprachübersetzer nicht nur vor Kratzern, sondern der dient dafür, dass er immer dabei ist. Den kann man hier nämlich schön am Gürtel tragen. Und diese kleine Tasche hier aus Neopren. Und Neopren kennen Sie vielleicht von den Taucheranzügen. Die sind besonders robust und langlebig. Die schützen also alles. Und schauen Sie mal, da ist so viel Platz. Da passen sogar zwei Sachen rein. Hier vorne zum Beispiel Ihr kleines Handy. Schauen Sie, zack, da reinpacken. Und dann hinten vielleicht sogar den Sprachübersetzer. Da ist ja jede Menge Platz. Einmal hier herein. So. Und jetzt habe ich das immer schön dabei. Hab die Hände frei. Weil ich habe es ja direkt am Gürtel. Und das ist natürlich faszinierend. Da kann aber auch der kleine MP3-Player rein. Da können zum Beispiel Ihre Kopfhörer rein. Sie sehen ja, da ist wirklich viel, viel Platz. Also da jetzt bitte ganz, ganz schnell sein. Ja, letzte Stückzahlen werden gerade eingeblendet. Denn ja, es macht einfach Sinn, seinen kleinen Übersetzer zu schützen. Können Sie noch eine Kamera mit reintun oder Geld und Kreditkarten. Alles zack, am Gürtel verstauen und alles sicher. Wetter- und Wind geschützt. Neopren ist einfach ein gutes Material. Und dann schützen Sie Ihre Geräte gleich mit Bestellen. Für 9,34 Euro macht das viel, viel Sinn. Bestellen Sie diese Neopren-Tasche unter HZ 2257569. Und dann haben Sie gleich Ihre Geräte geschützt. Und Sie haben es immer auch dabei und vergessen es nicht. Direkt am Gürtel festgemacht. Das ist einfach sehr, sehr praktisch. 9,34 Euro macht Sinn, das direkt mitzubestellen. Und dann haben Sie auch einen kostenlosen Versand gleich. Praktisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist noch mal eine Top-Empfehlung. Wie gesagt, auch für so eine kleine Kamera, fürs Handy, für eine MP3-Player oder für einen Sprachübersetzer. Das macht natürlich richtig Sinn. Und apropos Sinn. Es macht auch Sinn, das Netzteil mit dazu zu bestellen. Denn dann auch so ein Sprachübersetzer oder andere Geräte, die mit USB betrieben werden, wollen ja auch ab und zu mal geladen werden. Und ich habe immer festgestellt, bei vielen Geräten sind zwar die Kabel dabei, aber nicht die Netzteile. Deswegen für 5,61 Euro können Sie jetzt das Netzteil noch dazu bestellen. Und schauen Sie mal, wenn Sie schon die Tasche im Warenkorb haben, dann packen Sie hinten den Sprachübersetzer rein. So, und vorne packen Sie Ladekabel und Ihr USB-Netzteil mit rein. Dann ist alles schön aufbewahrt, hat man immer dabei, sind bestens ausgestattet. Ja, und USB-Netzteile braucht man immer. Also ich schussel, ich verliere die immer oder ich vergesse die im Hotelzimmer. Hier, für 5,61 Euro, die kosten an anderer Stelle viel, viel mehr Geld. Ja, es ist auch ein Qualitätsnetzteil. Also 5,61 Euro macht Sinn, das auch direkt mitzubestellen. Ich vergesse meins sehr gerne auch in der Hotelwand im Zimmer einfach immer wieder. Deswegen, man kann nie genug davon haben. Einfach mitbestellen. Für 5,61 Euro bestellen Sie dieses unter der PX2421569 am besten mit. Alles zusammen, kostenloser Versand natürlich und es macht Sinn. Sie sehen, dieser Echtsprachübersetzer, das ist einfach eine Riesenfreude. Es ist stark nachgefragtes Gerät. Deswegen nicht traurig sein, sondern jetzt clever sein und bestellen. Also das ist einfach Ihre barrierefreie Kommunikation im Ausland. Sie sind dann nicht mal verklemmt und zögern. Sie sagen dann, nein, Sie gehen raus ins Geschehen und sprechen drauf los. Es wird Ihnen so viel Spaß machen. Sie werden ihn immer dabei haben wollen. Und dann haben Sie endlich diese Verbundenheit mit dem Land und sind nicht mehr so der Tourist, der alleine rumirrt. Nein, Sie haben Spaß, Freude und Sie brechen das Eis und flirten. Oder Sie wissen immer, wo Sie sind und das gehört jetzt zu Ihnen.